Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pixelmon Diesmal bin ich alleine, genau Ja, Eisen haben wir ja jetzt genug, aber die Kohle, die fehlt uns Naja, so, wo hatte ich denn das Eisen? Ernst, ich hatte doch nicht alles verbrannt, oder? Ja, hier Ne, so, jetzt kann man auch nochmal reinhauen Bis die Kohle weg ist, das heißt wir müssen noch Kohle beschaffen Und was ich noch will, ist mein Go-Let, oder wie auch immer das auf Englisch ausgesprochen wird Auf Stufe 43 zu bringen, 42 oder 43, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf einer von den beiden Stufen entwickelt es sich Und das ist mein Ziel heute Ja, also, hm, ich warte noch, bis das schnell durch ist Dann haue ich nämlich auch noch die Aprikons rein So, hier das Eisen kann man reinhauen und dann suchen wir entweder Kohle oder ein bisschen was zum Trainieren Da, so So Nichts los hier Danators Keine Zeit Heute So Einfach mal, meinen, da man So, einfach mal runtergraben hier, mal schauen, ob was kommt Aber Kohle gibt's relativ oft Oh, kein Essen mehr Naja, egal In dem Moment ist mir grad wirklich Oh, wir haben Eisen gefunden Das war schon beim letzten Mal so Also, das ist echt überraschend, dass man hier Eisen findet Einfach mal so graben und Eisen gefunden War nicht schlecht Zumal wir den Block, den ich grad noch abgebaut hab, den hätten wir nie gesehen Komm, ich will Kohle Keine verkackte Keine verkackte Erde hier Was ich noch in Nathos fragen muss, wie das mit den Fossilien ist Da hätte ich eigentlich auch mal Interesse, mal so ein paar Fossile auszukraben Oh, Kies Na, das ist grad wieder Kostbar Einen Spitzhanger Muss hier mal ein bisschen heller machen Muss man ja aufpassen, dass es uns hier nicht Skis auf dem Kopf fällt Oh Da hab ich den Skis gewohnt Da hab ich noch mein Inventar öffnen Dabei wollte ich noch mein Inventar öffnen Da hab ich noch mein Inventar öffnen Da haben wir die Kohle Wie man's wollen Da hab ich doch was gebracht Das ganze Kies hier wegzubauen Ne, das ist uns hier gleich das Kies auf dem Kopf fällt Das Kies muss uns natürlich behindern Das Kies muss uns natürlich behindern Ich probiere mal langsam auf der Höhle treffen oder so Ich probiere mal langsam auf der Höhle treffen oder so Nichts an Kohle hier Da bin ich aber echt enttäuscht Ich meine, vielleicht hat man ja... Oh, das sieht nach Kohle aus Oder? Ne So, jetzt muss ich doch mal in die Fackel da hinzusetzen Egal Kohle Wer hätte es gedacht So Das ist massenhaft Endlich mal ne ordentliche Kohle, oder? Oh, hier ist die groß Einen richtigen Flugs Und auch nochmal Eisen hier Oh, und da haben wir schon wieder hier Unseren besten Freund Das Kies So Wollen wir hier mal eine Frage platzchen Wollen wir da was sehen Und dann wollen wir mal diese Kies ab Das ist ja vor sie hier drinnen Oh, ich finde ich Ich glaube das ist der Fall selber Ja, war ja klar So, wir wollen ja wieder hier nach oben So, also mir reicht das jetzt erstmal So, halt ab nach oben So, halt ab nach oben Jetzt wird mein Gollett trainiert Ich muss immer ans Pokémon Senna Das ist doch ganz schön angeschwächt Ich schieße Spur the Keys So So, oh Mein Arcani Das muss ich auch mal bei Gelegenheit Machen Wieder ein bisschen weiter lernen Und den nächsten Kampf gegen Artis Will ich diesmal nie verlieren Ich bin total happy über seinen Lux Travers in der letzten Folge bekommen hat Ich hoffe ich habe jetzt nichts vorgespoilert Nichts los hier, alles menschenleer Keine insiges Pokémon in Sicht Das gibt's doch nicht Ist ja wirklich gar nichts Nichts in Sicht Och, man hört mal was Level 17 abbringen wir hier nicht sehr viel Ich brauche ein bisschen stärkere, brauche ich schon Was brauche ich denn hier anfangen Och, Mee nun Wie putzig Ganz ehrlich Die sind hier alle viel zu schwach Komm, kämpf gegeneinander Ach, fertig sind sie Och, jetzt kämpfen die wieder gegeneinander Pokémon Pokémon So Hat keinen Effekt So, Shadow Punch Oh Boah, hat das reingehauen Das gibt's doch nicht So Mal schauen Ich wollte eigentlich mal schauen Was die für eine Sympathie zu mir haben Happiness 194 100 60 130 70 Und 0 Schade Das kommt noch So, wo sind die auch so hier Ich muss schon sagen Mit dem Texture Pack Bin ich echt zufrieden So Meine Raichu Das dürfen muss ich auch mal wieder Müsse trainieren Stufe 41 Da hat sich in letzter Zeit Nicht viel geändert So Ich will jetzt endlich das Zum entwickeln bringen Oh, guck mal ein Goldbart Das ist Ne, super, schade Das kam erst zu groß vor Ah, das Haus Was eigentlich verbrannt Verbrannt werden sollte Ist immer noch ein wenig da Ui, was ist denn das? Naja, das sieht doch nach Farm aus Stufe 45 Oh, ich hab das neben ein bisschen hart ist Komm mal, das schaffst du Nochmal Shadow Punch Du musst gewinnen Oh Jawohl, das schaffst du Ja Und Nicht mal Level Up Das gibt's da echt nie Nicht mal Level Up Ey, ich glaub's auch Wo kommen die hier aus dem Nichts? Los Oho Ohoh Ach, das nervt ja richtig Ganz ehrlich, der Kampf muss gewonnen werden. Da brauchen wir so Arschlange. Oh, das sind die Geräusche, die Nerven riecht, die Nerven riecht, gegen welches kämpfe ich denn hier bei uns? Was? Nee, ey, das ist, das habe ich echt nicht weg. Okay, dann los. So, wenn das sich jetzt wieder heilt, dann... Nee, ey, das muss ich mir jetzt nicht antun. Ganz ehrlich. Geh mir aus dem Weg. Da schwächt man das so schön an. Denkt, jetzt braucht man nur noch einen Schlag und bam, heizt sich das auf einmal. Oh, ein kleines Vokano. Ich kann ja mal gegen Geisterprogramm kämpfen, Geist gegen Geister ist effektiv. Oh, Missklick. So. Die sind alle viel zu niedrig. Wo? Wo, Nebulak? Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Ja, lieber Mann, finde ich jetzt mal hier wieder ein besonderes Pokémon oder so. Oder mal legendäre, ganz ehrlich. Hier sind ich jetzt ja noch nie ein legendäres gespawnt, irgendwie. Zumindest nicht, als ich dabei war. Aber ich möchte ja eigentlich mal hier diesen schönen Ball hier verwenden. Oh, ist der Himmel schön. Wo? Da hinten. Stufe. Truff. Einfach rein hier. Und das ist weg mit einem Schlag. Bestimmt. Jawohl. Genauso wie ich es vorher gesagt habe. Wo ist meine Spitzhacke? Habe ich die aus Versehen rausgehauen? Mit einem Missklick? Nee. Ganz ehrlich. Jetzt finde ich meine Spitzhacke nicht mehr. Ach, drauf geschissen ist ja nur eine Eisenspitzhacke. Mal schauen, ob sie jemanden findet. Ich lebe auch 22. Wie will man... Oh, schön, ein Raiju. Ne. Jetzt endlich. Komm. Was? Wieso ziehe ich dem Raichu so wenig? Das kann doch nicht sein. Endlich. War hier ein ordentlicher Schlag. Good job. 2500 AP. Och, ein Trainer. Na, hallo. Pam. Boah, das hat überlebt. Kann nicht sein. Level 34. So. Nach dem Kampf mache ich dann auch mit dieser Folge... Och Gott. Nach diesem langen Kampf mache ich dann auch für heute. Schluss, also Ziel nicht erreicht. Also man braucht auch ganz schön lange, um das zu leveln. Und man muss auch mal die richtigen finden. Das ist gar nicht so einfach. Irgendwie nervt mich der Kampf hier. Weil der Kampf irgendwie nicht zum Schluss kommt. Ich habe jetzt ein anderes Pokémon, ganz ehrlich. Stufe 15. Jawohl. Wenigstens mal wieder hier mache ich rein. 49 AP. So. Gut. Und das war es auch wieder von dieser Folge. Also wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal. Okay.